ja ganz herzlich willkommen zum neuen paar von let's play yokai watch 3 heute geht es endlich mal wieder weiter in der neuen folge ich hoffe auch ihr habt heute Lust drauf ihr lieben mir dabei zuschauen bei der nutzlog bei der nutzlog folge und auch bei den nutzlog let's play ich hoffe ja bock drauf die spaß dabei heute auf jeden fall ich freue mich drauf so spuk wie das heißt ach komm ist alles gut und wir haben heute einfach mal einfach mal heute alles anders zu sehen ich mache heute zwar es gleich wie beim letzten mal aber ich habe mir gedacht das heute einfach mal anders in anderer qualität mache ich habe heute nämlich mir so dach kommen oder auch jetzt habe ich mir gedacht ach komm ich peiern besser nicht weil ich war nicht zufrieden damit deswegen habe ich mir nachkommen wir machen uns heute anders aber nur heute einmal so deswegen nicht die bunte lieben heute einmal so machen und dann nie mehr so weiter nicht wundern deswegen alles gut es geht los ihr lieben und dann viel spaß jetzt mit neuen folge ich freue mich drauf das ist auch genau alles klar also ich bescheid nicht alles gut alles klar ich bescheid alles gut also sicherheit alles klar so ich gehe eben zu meinem und ja macht heute besser als bei letzt mal ich würde sagen heute machen einfach mal mit einer schönen aggressiven stimme des zu klesiert ob man die welt wie man so komisch der leute etwas finden deine mutter sagt so doofe sachen dir nur wegen eines anwesenden yukai bestimmt trägt das treuerkreuz nach oben um die watch auf radermodus verstellen ja dankeschön du kannst mit dem joker der versteckte joker finden als der dankeschön weil ich das rader zeigt ja dass das zeiger das rader zeigt dir an wie näher du in dem versteckten joker bist genau richtig das rader zeigt dir außerdem die rang des versteckten joker an wenn du also auf der jagd nach neu joker freunden bis achte auf das rada als der weiß bescheid ich weiß nicht schaffen schaffen es wirklich soweit bis in die usa weil sie auch nicht leben aber wir schauen mal alles gut das go genau ich freue mich drauf danke sehr danke sehr das go joker sind überall spugli ja denkst du wirklich überall joker sind ich weiß irgendwie nicht weil hier sind zumindest keine alles klar so joker sind überall spugli spugli setzte die ukai watchmodel genau richtig genau richtig verwende einfach die so funktion der ukai watchmodel you alles klar weiß bescheid dankeschön erscheint ein fahrzeichen auf dem joker über der hand es sich um etwas merkwürdiges drücke der den y-knopf oder die steuer kreuz nach rechts um mit der joker watch zu suchen alles klar wenn sich ein joker in der nähe auffällt auch die augenspielweise aufspielweise auf alles klar was ist bescheid wenn die aufspiel und aufspielweise anzeige erfolge ist findest du einen fallhaft neuen yukai ok danke ok suche deine mutter joker machen wir machen wir machen wir alles gut los geht's auch schon kein problem du warst du kurskow noch mensch das her dass der joker genau als gute haben wir ihn alles klar weiß ich bescheid joker gefunden alles klar weiß ich bescheid ja ok dankeschön ja wie ist sie sonst also joker das ist so kompliziert ja ich glaube es geht gut aber ja er ist ja auch der maiskolbe was soll ich den yukai wisper was mit dem yukai los mal sehen der yukai bleibt so leicht hängen wie mal zwischen den zähnen richtig vergisst das die yukai jedenfalls doofkolb richtig das ist so kompliziert richtig auch das könnte ein körnchen wahr erhalten wer besellt ist ganz benommen und sagt immer das ist so kompliziert außerdem ist es ein amerika yukai richtig amerika yukai das ist etwas neues ja genau die kommen vor allem in den osa vor was eine einwesenheit erklärt genau richtig spukli verwende noch mal die yukai watch danke braffe schwöre ihr beide und lasst ihn etwas nützliches tun und doofkolb beküpfen machen wir auch wir will sie in den doofkolb jetzt erstmal diesen doofen mitten mensch jungen hier los gehts so wie war es beim trailer anschauen Wie bitte? Wie bitte, Ken? Musstest du mich so früh beschwören? Ich weiß nicht, ach egal, komm. Die Bandern, ich zähle auf dich. Schnapp dir Doopkolb. Wieso beschwörst du mich überhaupt, wenn ich nur einen Stock höher war? Ja, weil du es bist ja, du wärst sonst erst in einer Woche gekommen. Alles klar, richtig, genau. Ich habe gerade so gut geschlafen, ja, bestimmt. Und anscheinend schläfst du auch gleich wieder weniger Schlaf, mehr Schlaf, äh, lustig. Vielleicht, wenn ich mich erholt habe. Ich bin so müde. Ah, da bin ich das. Was? Du das. Seine innere Uhr hat dich noch immer nie an der Zeitturne der USA gewöhnt. Ich glaube nicht. Wir haben es hier mit einem schweren Fall von Jack Klang zu tun. Richtig. Wenn er jetzt schlafen geht, will er in der Nacht wach sein. Das ist nicht gut. Aber gern. Ich bin so müde. Jetzt. Komm, mach keinen Scheiß. Mach einfach schneller. Danke. Okay, dann los. Wir bekämpfen ihn. Ich freue mich drauf. So. Los geht's. Ich freue mich drauf. Los. Los geht's. Der Kampf greift der Yokoi an. Wie er es will. Wenn du möchtest, kannst du dich also zurückkehren, lehnen, zu sehen und nichts tun. Richtig. Genau. Los geht's. Ich freue mich drauf. Zieh auf Udysi und mit dem Aufladen eines Udysi-Schlags zurückgeben. Wie steht die Aufgabe auf dem Touchscreen, um ihn auszuladen? Machen wir. Das ist genau. Ich freue mich drauf. Okay, ich freue mich Bescheid. Gut, danke. Wir besiegen ihn schon irgendwie. Alles Gute. Drehen, drehen, drehen. Wenn's geht. Gut. Kein Problem. Das war echt cool meiner Meinung nach. Das war echt krass. Das ist Gau genau. Dankeschön. Jo, danke. So. Blablabla. Und weiter geht's. Das ist Gau. Ich freue mich drauf. Du dumm. Sehr schön. Das ist so kompliziert. Richtig. Ja, machen wir so. Machen wir so. Was? Schon so spät. Ich muss mich mit dem Abendessen ballen. Machst du. Mach mal. Richtig. Genau. Sehr schön. Und danke dir. Genau. Ja. Ach ja, Spuki. Danke dafür, dass du meine Brille gefunden hast. Sehr gerne. Ich fühle mich ohne sie immer so verloren. Wo hast du sie gefunden? Weiß ich gar nicht. Wo ich die gefunden habe. Aber ich hab irgendwo. Ja. Das ist Gau genau. Ich freue mich drauf. Ja. Okay. Danke. Das tun wir mal bei M4. Aber sonst geht es ja auch gut voran. Genau. Das ist Gau genau. Ich freue mich drauf. So. Danke. 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 Tust dubits jetzt mal aufgaben. Danke. 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 ich halt alles klar gut dann würde ich sagen ja raus dankeschön ja alles klar und dann gehen wir einfach mal hier weinen so einfach mal hier rein dann sagen wir mal hallo und tschüss und tschüss und hallo und ja das reicht aber auch schon möchte ich sagen wir gehen mal raus wieder so raus mit uns alles klar das genau und dann einmal hier raus gehen dann haben wir es auch geschafft guck mal nach wie groß das nicht lieben, sehr schön, ich freue mich sehr so dankeschön cool schön schön gemacht auf jeden Fall, schön gemacht, sehr schön schön auf jeden Fall, schön auf jeden Fall gemacht, finde ich krass auf jeden Fall gemacht, sehr schön, freut mich ich darf nie ohne rasten, ne ich darf nie ohne rasten, ne mach mal was ich muss auf die hauptstraße bleiben und noch zu allem mehr teilen allen okay das haben wir auch jetzt einmal vorgelesen als da bis zum nächsten mal vielen dank für die haupte katholische anschauen